Ich glaube, man hätte es noch zu laut eingestellt. So, jetzt sollte es ja überhaupt passen. Ich hoffe, es braucht jetzt nicht ewig. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Komm schon. Jetzt muss ich das eben einmal killen. Komm schon. 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 Ich will heute Archivmissionen machen. Äh, muss ich mal gucken, was heute überhaupt drin war. Äh, zehn Repar- äh, keine Ahnung, zwei Reparren, das ist okay. Das sollte ganz normal im Verlauf passieren. Äh, ich hab mal ein Erbuch offen in mir. Seffert, ich mein letztes Mal so viel Pech. Ah. Gut. Mensch. Boah. Ein bisschen Schnupfen. Geil. 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 Fein. Geil. . Tschüss. 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 Ich habe leider keine schöne Playlist gefunden, die ich in der Hotline lassen kann. Dafür aber in den Lobby. Zum Spielen. Zum Spielen. Ah, der Killer doch. Dann wollen wir doch mal schauen, ob heute die Runde etwas besser laufen. Am letzten Mal hatte ich ja nur schlechte Runden. Aber danach habe ich noch privat ein bisschen gespielt mit Freunden, um das erste Band vom momentanen Archiv abzuschließen. Deswegen bin ich jetzt woanders als vorher. Aber das soll ja keinen Abbruch tun. Aber war halt notwendig, weil die Runden sehr scheiße liefen. Und privat spiele ich dann meistens mit ein paar Freunden. Die haben aber nicht so Bock darauf im Stream dabei zu sein. Deswegen sind die meist nicht hier. Aber naja. Dürfen die ja selber entscheiden. Oh, komm, okay. Sumo. Meistens ist eigentlich einer. Also, es ist nicht Freddy. Es ist... Oh, wir haben hier hinten gesehen. So, ein bisschen aus wie Leatherface. Hätt aber... ... alles sein können. ... alles sein können. Das ist... ... der Doktor. Hab ich falsch gesehen. So. Mädchen, wo willst du hin? Äh, geht da lang. Bin ich okay. Hast Probleme? Oh, wie schlimm. Ich war zehn Sekunden später da. Übchen. Natürlich finde ich meine Nase anziehen. Sobald ich dann im Genauso sitze. Mein Nacken auch noch. Oh, komm. Unangenehm. So. Ich bin zwei von den Neugeneratoren, die ich noch machen muss, hinter mir. Das ist nicht ganz kurz. Ich fang den Klima noch fertig. Da läuft die... Yui war das glaube ich. Er hat halt eine ähnliche Frisur wie die Kate. Sie ist halt hier drüber gesprungen. Deswegen halte ich es nicht für sinnvoll, mich jetzt zu der in den Generator zu setzen. Sag ich doch. Das nennt ich mehr Glückheitsverstand. Er hat mich nicht gesehen. Okay. Meinetwegen. Ah, verdammt. Das war wirklich ein Chili. Ah, das war wirklich ein Chili. Ah, das war wirklich ein Chili. Teh. Ah, der gehört. Schade. So. Wenn die sich vorne noch an den setzen könnten, der war relativ weit. Das könnte zu schaffen sein. Ich war auch ein bisschen auf ihren Tür, aber er müsste da hinten. Er hätte da hinten. Da hinten müsste er nicht sein. Doch irgendwer in meine Richtung. Ich hoffe, da hinten. Lö, macht lieber Tote. Geil. Ist mir auch jemand? Hallo? Oh mein, ich sitze mich gerade anders hin. Ich sitze auf meinem Bein. Ich bin schon auf meinem Arsch. Das ist nicht ganz so geil für einen Blutfluss. Aber du darfst dich gerne ein bisschen mehr beeilen. Ich glaube, geil, dass denen dann totungswichtiger sind. Du hast gerade da hinten wen geschlagen. Lass mich jetzt, ja, jetzt darf ich kämpfen. Ich will gar nichts. Das ist denn natürlich schon hier der Drecksack. Komm, lock den bitte weg, damit ich mich heilen kann. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Natürlich! Danke! Scheiße, bringt den da an den Haken. Ich muss das so schnell wie möglich weg. Oh, ich hab nicht mal gesehen, dass ich ihn da entspannen würde. Nö, ich lauf raus. Hat er vergessen. Claudetto kann's mitteilen. Nee, 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 nee. Hier wird nicht geteabackt. Der hat schon ganz ordentlich gespielt. Ich bin schon froh, dass er mich nicht nur ein zweites Mal aufgangen hat, sonst wäre ich nämlich tot gewesen. Weil die anderen Idioten lieber... ...lieber Totems machen, statt den Leuten zu helfen. Aber ja gut. Aber ja gut. Ich hab's ja überlebt. Okay. Nice. Lang aufgestiegen. Den hab ich da eigentlich im Chat. Du hast noch gar nichts gesagt. Gesehen, du hast mir eigentlich fast die ganze Runde über zugesehen. Nö, ich lasse mal aus. Genau, du hast einemember Lage. machen wir weiter Untertitelung des ZDF, 2020 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 sehr gut dann mache ich den ausgang auf ich muss gleich mein headset anschließen hallo meck er hat zwar nicht der neue wüste Kapisch an. Wenn ich jetzt noch wüsste, welcher Ausgang das ist. Scheiße. Wenn ihr drei euch jetzt verpisst, ne? Ich bin ewig sauer. So, wenn ich das jetzt mit einer Hand hinnehme... Ah, jetzt kann ich zwei nicht hängen. So, jetzt brummt mein... Alter, meinst du das jetzt ernst? Dein scheiß Ernst, Junge. Und hier sehen wir jemanden, der kommt. Der hat aufgegeben. Da kommt Honho ein bisschen auf mich ein, um es richtig gut zu machen. So, wenn da die Dreck kann mich einer abhängen und dann... Das ist eine Dreckige Nummer, Johna. Oh, okay. Ja, komm. Ich hab mein bester, dein Haken ist aber kaputt. So, und wir können jetzt Richtung Ausgang kriechen. Ich nehm vielleicht einen kleinen Umweg. Könnte mir grade ein bisschen besser helfen. Weil ich bin tot, sobald ich das nächstes Mal hänge. Kann mich noch ein bisschen, kann ich dir vielleicht helfen? Ja. Ich hab noch was abgehauen. Das schaff ich nicht. Ich hab noch was abgehauen. Ich hab noch was abgehauen. Bin ich mal gespannt, ob ich noch was fliehen werde zu suchen. Oh ja. Wirklich hart gekämmt. Ich hab noch was abgehauen. 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 Flinte lässt sich nicht online anzeigen. Das kann natürlich auch sein. Ich hab jedenfalls jetzt so gefügt. Ich hab noch was abgehauen. Ich hab noch ein paar Leute gebeten, die dann trotzdem noch Spaß hat. Obwohl die Runde eigentlich echt nicht gut lief. spielen wir noch eine runde mit dem eine komplette runde ein Oh Mann. Was will der mit seinen Kartoffeln? Jetzt müsste ich, jetzt müsste ich mal ein bisschen Französisch können, aber habe ich nie gelernt. Ich mag Französisch nicht, die Sprache nicht schön. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ich wollte schon fragen, ob er überhaupt Englisch spricht. Oh, das soll ein jubelnes Männchen sein. Ich hoffe, das versteht man. So, jetzt kriegen wir einfach einen Single-Killer an, wie es läuft. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wieder shift. 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 Ja, ich mach den Generator, der oben ist. Ich hab halt echt noch gar nichts gehört von dem Keller. Deswegen kann ich dann schwer sagen, was los ist. Ich sehe von denen halt auch gar nichts. Ich höre nichts vom Killer, die werden nicht weiter geschlagen. Entschuldigung, ich bin der Generatorin gleich durch. Dann haben wir uns doch noch einen schönen Item. Sehr nice. Und dann können wir uns noch ein paar Blutpunkte. Warum ist da Käse drauf? Das fängt mir zum allerersten Mal auf. Das fängt mir vor. Das erklärt natürlich, warum es so leise ist. Das erklärt natürlich, warum es so leise ist. Ungefähr so funktioniert, wie ich das wollte. Und die Jessie ist live. Ich dachte, ich will League of Legends spielen. Da ist wieder hinter den Jake. Ich kann auch nicht den Namen von dem Typen, was ich ausspreche, deswegen sag ich einfach Jake, weil er den spielt. Achso, der in der 4-Gegenhütte läuft schon. Ich kann auch nicht den Namen von dem Typen. So, ich lenke den ab, dann kannst du retten. Geht er mir hinterher? Bin ich hinterher oder mache ich den Ausgang auf? Geht's in? Geht's in? Geht's in? Der steht wahrscheinlich jetzt da im Ausgang. Ja, da hinten läuft er. Ich bin jetzt einfach die Führung dafür. Ich hoffe, der hat nicht... Nee, kann er nicht haben. Das wir uns angezeigt haben. So, alle raus. Mega gut. Das ist mal ne echt schöne Runde. Kann ich mich nicht beschweren. Ich hab Spaß. Na gut, da hat er echt wenig Punkte gemacht. Ich find's halt interessant, wie unterschiedlich die Purples sind. Ach, Jaws, solche Runden machen dann doch wieder Spaß. Die gebe ich erst mal auf, Jess. Dann muss ich auch auf Jeff raus. Ich hab keinen Schiss. Ah, komm her. als nächstes er bleibt hier das sind jetzt so viel das ist jetzt so viel ja das stimmt der ist nicht einmal geschadet gewesen was um ja 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 Sir, thanks for following. Yo, wassup? Why do you say Jack is high? I don't understand really. Yeah, while I was on steroids, this is something new through and then being high. But yeah, it can be, I think, the outfit you are wearing compared to the normal one. Oh, I love to play him, that's nice. I love to play Nia and Jeff also, but I went into prestige with Jeff, so I don't have the perks on him I won. I already have a heartbeat. Such a throat house. Okay, heartbeat is gone. Yo, wassup? I don't have a heartbeat at the moment, I think we're fine. Because I, um, I have... Yeah, I see. Garbachev is being chased at the moment, I think. And I've got observation on Nia, so if it's, uh, if I'm within zero radius, I get my charges. Oh, it's a trapper. Okay, he doesn't have barbecue and chili, so he doesn't know where we are yet. But he's probably coming into this direction as there were two generators just finished. You're free to go, he's chasing, uh, Nancy. It's not good. It's not good for a sick time. It's not good for a sick time. Do you see me? Ah, he's chasing Nancy again. Oh no, I'm stuck. Uh, free to go. He's getting me right now. What are you doing? Okay. But, uh, the hook is destroyed, so I can, uh, well, have a little bit more fleeing time. And he doesn't notice. What is he trying to do? Is he thinking that he can't put me on the hook because of you? Well, pick me up. Pick me up. Pick me up. Pick me up. Oh no. That's exactly what I wanted. Oh, I've got enough space for these. Oh shit, we're just near enough. Okay, I'm fighting now. Oh shit. Oh shit. Okay, he's coming for you. That's what it means, I'll go back around and try to get Nancy. I think I'll first and then I'll try to get you. Dammit. He's right there. Ah, I don't think I'll make this round. And the hook's restored already. Shit. Okay, I'm done. Ah, watch out, he's coming right for you. Okay, come on. Let's find this. Ah, ohh... Uh... Ugh! Oh and what? He's got time, uh, he's chasing, yeah, he's chasing Nancy, is what I was about to say. Yeah, I think he's coming for you, he noticed when you, uh, break yourself when I'm healing. Oh, 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 oh. So I'll look from your position where the closet is, so she can heal you. Um, she's at the end of the street at the yellow house. She's at the end of the street at the yellow house. I think he's below you. Uh, watch out for his traps. I think he led him pretty well. Oh! 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 There he is. Oh! 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 What is this? Um, if you vault over something while you're running you make a sound that will notify the killer. I don't know if you're aware of that yet. Yeah, he's checking for that. Maybe it would be wiser for you to search for the patch. Yeah, go look for the hatch I think. Probably. Oh. Thought it's lying right next to it. But he probably knows. Yeah. Oh. Oh Oh him, Lorisa « W-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A« Ich glaube nicht, dass sie es gekommen ist für dich. I think she just ran in that direction and didn't know that we're sitting there in the gem. I think she just ran in that direction. 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 She just ran in that direction. Would you mind telling me how I pronounce your name? Or how I should call you? Okay. 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 Maybe I'll play around this, definitely. So much stuff on him. Got some stuff with him. Let's go. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 A play, okay. A play, okay. Why won't she answer me? Oh, she did. All right. I think we're all ready. Just waiting for you. Let's look for this lobby. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. 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 Try anyways. Let's do this. Let's do this. Let's see if that does anything. Let's do this. Starting with the Kate. Oh, it's Mars. Is he already stalking the Kate? Yep, he's already stalking the Kate. That's quick. Okay. He got me. Three to go. He left me lying. He's looking for... Okay. I'm going straight to the basement. I'm going straight to the basement. I'm going straight to the basement. Okay. How was it Nancy? One of them just blew up their generator. But I had heartbeat here right now. So, it's not far to think that he's close. He's coming. He's coming. He's coming. He's coming. Let's leave first and heal afterwards, also I've got self here on Jeff, so I don't know where he is right now, I thought he was close for a while, oh he's right there But I don't think it's coming in our direction right now Come here Was ist das? 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 Exit... Was ist das? Okay, exit to your left is open. Was ist das? 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 Okay. Oh, they remember what I told them. They need to be re-invited. Cause my challenge is done. Now do they remember? Great question. More horror. There it is. There it is. I don't even know what it's called in English. I'll stay deaf for the moment. I don't even know what it's called. I spelled that definitely wrong. I don't even know what it's called. 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 I don't 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 know what it's called. I think we'll see. Whoops. I'm sorry. Am I even in frame? Yeah, I am. Cade. Bye, Cade. It's Leatherface. It's Leatherface. He didn't see me, did he? Okay. Okay, go. Go. Nice work. Startet ja großartig. You're a great start. You're a great start. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Let's go. Oh, shit. Oh. Hey. I don't have anything for luck on me, so I probably want to be able to get this, nope, I'm not. What? I didn't have the input, I'm dead. I'm gonna have another round. Oh boy. Oh boy. Oh boy. It's not looking good. He's just doing the same to Nancy now, like he did to me. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh my God. Oh boy. Oh boy. Oh my goodness. Oh boy. Oh boy. What the fuck is this killer? Oh no, where is that Jim? Okay. It's Kate! Who doesn't even wiggle? Okay, now she's wiggling. He's just standing in front of Kate now. What the fuck was this round? Is he still playing? Should be. Just very quiet in the background. I think I'll be switching back to Mia because I was way better with her. No. Should I have a good script? No. Okay, I just had to check which time I had to... I have to work tomorrow. I have to work tomorrow. Just a sec. I'll grab something to drink. Okay, I'm back. Okay. 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 Sorry. I had to burp. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 All right. Oh, I'm developing a pimple on my nose. All right. What do you? What does he mean with destroy? Doesn't matter. Let's go. Just updated my feet so I have a bit of... I have a bit of freedom that I can do. Xantra's... She just barely missed me. Okay. I'm near the hunter's hut. I'm not storing a gem into the field. I'm so mad that wasn't... Haunted grounds. I think it was a hunter's lullaby that was just destroyed. She doesn't have daddy-kym-chili. Okay. First generator done. Mine is done as well. I'm on my way to the hook. Is she really camping? Okay. She got me. Okay. Heal up. Oh, but be careful. I think she's... Yeah, she's coming in your direction with me. She... You guys should run. Okay. 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 Was he? Ah. 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 das kann auch weiterhörig ist schade mit den auf englisch das wäre nur gut gewesen wenn er eine zeit gehabt hätte oder geheilt gewesen wäre wobei moment er war geheilt hat ihn ja zweimal getroffen doch schön wie die schon wieder alle am kämpfen sind ja 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 Nein, jetzt ist der schon tot. Was? Natürlich die Frage, wo sind zwei? Scheinbar eine Nähe der Jägerin. Das heißt für mich, ich mach einen Generator, um das fertig zu kriegen. Okay. 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 Was ist das? Schatze. Naja gut, immerhin habe ich ihr ein bisschen Zeit verschafft. Ich bin zwar jetzt tot, aber wenn sie sich die Lücke suchen kann, dann hat sie gewonnen. Das ist wirklich nichts mit der Lücke. So. Das ist wirklich nichts mit der Lücke. Was? Mann, ich hab ne Pause gekriegt, schau. Naja. Ah, die anderen sind sowieso gegangen, ich hatte jetzt was Schönes ich mir gerade schnappen kann. Ich will doch noch mal spielen, ok. Wann denn jetzt? Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020